Los Joschi, jetzt pack mit an. Letzte Bild müssen wir jetzt auch noch unterkriegen. Mit Jeddah. Meine Güte. Wohin? Oh Gott, alles voll. Lass mal hier nach da hinten. Gut. Mensch, wohin da jetzt mit? Irgendwo muss doch noch Platz sein. Ich sehe aber auch echt nichts. Eng, eng, eng. Hier vorne. Hier können wir noch hinstellen. Na ja, das ist noch ein Platz, aber optimal ist es noch nicht, aber ihr seht, hier ist viel los und morgen um 17 Uhr ist die Eröffnung unserer Ausstellung Musikmecker Münster im Rock und Pop Museum. Udo Lindenbeck, Platz 1. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.